hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich werde heute mal wieder what of tanks spielen ist wochenende und da fangen wir mal an von hinten bis da vorne immer vier runden schauen wie weit wir kommen ich habe ja gar kein vierer mehr sehe ich gerade na egal machen wir mit dem firma weiter also dann legen wir los mit dem polnischen dspz ins die erste ohne geht los schauen wir mal dass wir gewinnen wo sind die gegner da ist schon mal die fliegelage da ist ein gegner da ging voll durch ihre panzerung erwischt wo ist der panzer da ist er da ist er ich werde anvisiert vom wem da ist er da ist weg er ist weg ah Mist genau, Dreh wiederum und den PZ-4 das ist ein deutscher Panzer Kette beschädigt Kette wurde getroffen Sie können jeden Moment reißen Wir haben sie Ok, dann auch siebzele Das kann ich auch So, jetzt fahren wir es zu denen rüber So, und Weg ist er Ach, das waren alle Ich habe die ganze Zeit nur mit denen hier gekämpft Nein, die Güte Also, das war ja auch schon mal eine schöne, schnelle Runde 1000 Schalen gemacht Dritter Platz Gleich Video angucken, damit ich mehr Punkte kriege Aber erst noch hier die Gesamtbewertung anschauen Ah, ich würde sogar sagen, ich bin Zweiter Naja, egal Video angucken und dann geht es weiter Bis gleich Wir starten mit dem zweiten Panzer STRV M42 war es, glaube ich Mit dem schwedischen Panzer Warte mal, kann man ja nachschauen M42, genau Das wird abgesiert Von wem denn? Erstmal hier einnehmen Von hinten kommt bestimmt keiner Wenn ja nur von vorne Zirkumstreffer Zirkumstreffer Wieder ein Abschluss für uns So Noch so einer und die sind fertig Kretischer Treffer Wir haben sie nicht mal angekratzt Fahrer verbundet Wir können nicht mehr so schnell fahren Der ist erledigt Und unser neues Ziel Das war weg Das fahre schnell hoch Unser Munitionslager wurde getroffen Ich wurde getroffen Das wird kein Problem sein Die anderen werden es noch meistern Schau mal, wie die anderen spielen Großer Panzer hier noch Auch noch ein großer Schön Da ist der Hunter Gegen den mittleren Wo ist er? Ah, der hat C eingenommen Das werden wir locker schaffen Welch ist er? Wieder ein Sieg Dann würde ich mal sagen Das war es mit der zweiten Runde Wir schauen uns noch die Bewertung an 780 Bisschen weniger Schaden gegen gerade Ich bin immer noch der dritte Und Ich würde sagen Ich werde noch nicht mehr der dritte Die drei sind besser Und der hier ist besser Naja Egal Wirbungen anschauen Und dann geht es weiter Okay Und weiter geht es Mit dem französischen Panzer BDR G Legen wir los G1B Genau Schwerer Panzer Ähm Wir fahren erstmal Zu C Und nehmen C ein Danach Nach D Ich muss ja das Feuer von Feind Auf mich ablenken Zu mir lenken Damit Die leichten Panzer Mehr Schar machen Keine Anzichtweite hier So Jetzt aber Jawohl Ich hab einen getroffen Und Wieger getroffen Das ist doch schön Nochmal treffen Nochmal Nochmal Oh nein Da hinten kommt einer rumgefahren Okay Ich war noch nicht so weit Jetzt Jetzt Komm wieder vorgefahren Die Sau Fahr weiter vor Okay Nachricht Nachricht So Wo ist jetzt der hier Da Okay C ist fertig Der ging gerade durch Ach nee Der ging durch Also Kette nur abgeschädigt Jetzt haben wir Wir haben uns voll erwischt Aber ich hab mich sehr viel schade gemacht Die war ein bisschen langsam unterwegs Und dann habe ich die flagge Jetzt so lange Eingenommen Schade dass es für flagge einlegen Nicht so viele punkte gibt Die meisten punkte gibt es natürlich hier für schaden Schaden und zerstören Oh Ich kann meinen erweitern Ausrüsten Boah war ich schlecht Eins Zwei Drei 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 Ich kann durchfangen, schön. Oh, ist denn das schon wieder geleckt? Okay, Basis C erobert. Jetzt fahren wir mal runter nach B. Zu B. Gehen wir mal. Okay, nicht in Sichtweite. Nächstes Maß ist der Obert. Oh, vielleicht haben alle drei Basen. Der ging glatt durch. Benzintank getroffen. Noch so einer und die sind fertig. Stell uns mal hinter dem. Wir brennen. Versucht es zu löschen. Oh, ich konnte nicht schießen. Naja egal. Schauen wir mal vielleicht. Das wird knapp. Nein, wir verlieren. Letzte Runde und die verlieren wir. So ein Mist. Hätte ich mal lieber den Hunter da stehen lassen, weil er war sowieso auf K. und er war auf die anderen gegangen. Ach. Ärgerlich. Mein Fehler. 154 Schaden gemacht. Also letzter war ich schon mal nicht. Der, der auf K. war war letzter. Die beiden haben keinen Schaden gemacht. Nee, warte mal. Schaden. Die beiden haben keinen Schaden gemacht. Und der hat weniger als ich gemacht. Also. Ich war der viert schlechteste. Der hat auch den T34 gehabt. Genau wie ich. Ich habe den chinesischen gehabt. Und das ist glaube ich der russische. Ich weiß es nicht. Na gut. Egal. Ja. Ich würde sagen das war es für heute. Also nicht für heute. Sondern für das Video. Und. Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr aber nächstes mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.